hallo und herzlich willkommen zurück zwischen 20 heute sind wir wieder in linzingen ich begrüße neben im internet den collins hallo und den schubert eine kleine auffrischung zum letzten mal so ein sportflugzeug heruntergekommen einer von den beiden piloten ist tot der zweite war eingeklemmt wurde durch die freiwillige feuerwehr gerettet wenn die bfu kommt sollte sie sich beeilen der abschlepper ist nämlich schneller die blitz mit könntet ihr noch mal wieder kommen und da ist abgestürzt die kann gar nichts ja noch nicht mehr ein feuerlöscher benutzen sie können sich das flugsterabschutz angucken ist wichtig ja genau das läuft das ist dann ist ja das auto da auf der straße kaputt gegangen spontane selbstverstörung hat gebrannt gut die infos mir so ein bisschen entglitten die türöffnung ich weiß wer den weitesten anfahrtsweg hat polizei bei türöffnung vor ort höre ok war doch schon die ganze zeit vor ort wir müssen mal kurz ihre leuchte anmachen und dann war sie schon da habe ich noch irgendwo was zu trinken ja hier die türöffnung mit ihrer behandlung erwarte befehle achtung aus einer nahe gelegenen haft anstei strafgefangene geflohen es wird vermutet dass sie sich im einsatzgebiet verstecken sie könnten bewaffnet und gefährlich sein spüren sie alle geflohenen sträflinge auf nehmen sie sie fest und transportieren sie schon ich sehe es auf der karte ja okay ich nämlich nicht ich ich muss jetzt die sek-drohne alarmieren muss dann damit die täter aufspüren also du kannst sie gerne festnehmen mehr aber auch nicht sondern nicht abtransportieren ach so weil die gas aufspüren muss ja genau ich hoffe ich habe das richtige alarmiert ich habe nämlich keine ahnung was ich brauche er ist noch auf ausrückzeit es müsste der richtige sein gefangenen kraftwagen brauche ich nicht hundert das müsste der ich glaube ich habe einen falschen alarmiert scheiße was geht's verstanden wir sollten so schnell wie möglich eine sek-drohne starten ist denn so können wir die sträflinge im einsatzgebiet aus dem einsatzgebiet aus wie es offen was geht's kein problem ja auch dahinten dass ich einen gepackt habe bei dem atlw okay was geht's die sek-drohne hat ein ziel gefunden achtung sträfling versucht zu entkommen sofort festnehmen oh nein du brauchst da nicht mehr hinfahren ja ja genau polizeibagen vor rückwärts da kisten karl ist bei container brand bin bereit wird gemacht wenn du ihn gleich nicht festgenommen hast und meine einheit in ihr ankommen dann lache ich nicht aus ja ich weiß wie oft ich polspiele ich erwähne es nur da schießt den gleich wird erledigt alles klar höre erwarte befehle eine ist ja schon festgenommen deswegen habe ich nur bis einen polizisten wo fliegt die drohne hin alter jawohl wird tschüss die sek-drohne hat ein ziel gefunden jawohl achtung sträfling versucht zu entkommen sofort festnehmen höre notruf brandausbruch in einem müllbehälter ff hat sich eingeladen ich habe keine ahnung wie ich daran soll erwarte befehle erwarte befehle was geht's zu befehlen bin dabei erwarte befehle kein problem bin bereit verstanden höre wird erledigt ich hoffe die drohne findet sie an den letzten weil die habe ich schon festgenommen ne dann wird sie nicht suchen erwarte befehlen die ist jetzt über ihrem fahrzeug erwarte befehle zu befehlen alles klar was gibt es erledigt nicht ja ich bin drüber aus ungeklärten gründen ist ein schiff in brand geraten du kannst gleich mit an meinen verteilerin weil ich habe eine dreier besetzung ist es nicht dass ich habe es mit dem falschen elf gerechnet ich bin es immer gewohnt dass nur zwei feuerwehrleute auf dem ls sitzen alter er löscht durchs gebäude was für ein ich glaube dass er mit seinem tele zum schiff brand fährt wo es viel mehr gebraucht wird ich enthübe jetzt eigentlich einpacken vom gefängnisausbruch ja strand 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 ein streifenwagen ein rettungshubschrauber und 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 kein ausgerüstet kein problem so eine person ist zusammengebrochen sie muss versorgt und abtransportiert werden hier ist unser strand geben wir wasser vor ort geben wir wasser vor ort ja wohl was geht verstanden der war nicht im wasser der schwebte über der wasseröberfläche und ich hatte das gefühl dass er nicht retten kann daher habe ich den schon mal ans ufer teleportiert er wurde gerettet meinst genau er wurde vom boot gerettet und zu flüssen im zivilistischen zivilistisch ist auch definitiv ein bock einmal verbrennung der atemwege ich meine ja wenn du noch ein notarzt willst ich hätte noch einen auf dem bunker hier kommt noch ein notarzt ganz simpel also der gb wasserrettung nimmt das mit dem wasser sehr ernst heute ja ja wir brauchen vor allem nr habe ich jetzt einfach mal im beschloss auch mal einen nach die alle hinteren höre wird gemacht alles klar so der hier ist rth pflichtig und deiner sieht auch noch im kreislauf stillstand aus die kreftung die kriegs ohne notarzt weg ohne kommt dann karte also da kann der eine rtw weg dass wir doch bereitschaft erwarte befehle wird gemacht erwarte befehle ähm schiffsbrand ich kann abbauen und alle rücken ähm dein gebrochenes bein ist durch versorgt ich habe erfolgreich die straße zugemacht super wow ich glaube collins schafft es da nicht hin du hörst von dem containerbrand den wachalarm hauptwache ok jetzt kommt wieder sein scheiß tlf alter wenn du nicht ein schneller angriff benutzen lösche ich das scheiß ding so der da rein sein atl pflichtig aus so fahrrad also er hat er schon vorbereitet sofort ach 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 Ja, alles klar. Ist in Arbeit. Bin bereit. Alles klar. Also du kannst die Feuer noch nicht mal mehr festnehmen, ich muss sie wirklich mit der Drohne aufspüren. Da hast du ja gesagt, ich kann sie festnehmen. Ja, alles gut. Aber macht sie einfach zu. Die Hilfe mache ich. Und mein Elf ist gleich um die Elke. Landausbruch in einem Müllbehälter. Ja, dann macht er. Ich mache ich den Müllkontälen. Löschen Sie alle Brände. Definitiv machst du den nicht alleine. Oh oh. Das ist schwierig. Ich kriege da so Flashbacks, wenn ich diesen Müllcontainer sehe. Wenn ich den, es brennt ein Müllcontainer, das ist kein Müllcontainer, was da brennt. Wieso ist bei E.K.D.O. kann auch nichts passieren, das ist ein ganz normaler Laden. Jo. Weiß ja nicht, warum der Laden grün angemalt ist. Es ist ein Supermarkt. Im Dunkeln läuft ja das Grün sogar. Der Türaufgangs Elf ist da. Bin bereit. Ach, heute ist der Schwäder da. Dann muss ich ja wieder bei der Polizei einparken. Das Elf muss da weg. Sofort. Wieder. Wo ist denn die Tür? Ah, diesmal woanders. Das ist eine andere Tür. Der Tür dreht heute wieder Sonnenrunden. Habe ich jetzt die Freigabe für den Monitor? Eigentlich nicht. Muss doch mal so ein bisschen Nervenkitzel an die Sache reingehen. Ja. Wenn gut das Feuer oder auch ein Fein. Guck mal, du hast sogar eine Zweimannbesatzung. Du könntest sogar noch einen Wasserangriff aufbauen. Ja. Eine Wasserversorgung. Ja. Oder was zu tun? Das ist, äh, scheiße. Busse. Ich hasse sie. Sogar ein Gelenkbus. Die sind besonders witzig. Also, da ein Streifenwagen hin. Äh. Da ein Streifenwagen hin. Und da ein Streifenwagen hin. So. Zufahrten zu Zuge wedged. Fliehen wir. Frei sind es. gott richtig. Zwei. RTWs noch. So. Danke. Geborchenes Bein rollt. Türöffnung wird dort behandelt. Verstanden. Okay, erwarte Befehle, bin dabei Schubert, das wäre eigentlich pfiffiger, wenn du den Rettungsdienst unten auf der Kreuzung lässt Städter da Ne, wir müssen erstmal die großen Löschlasser die Straße hochschieben Beidspurig Das ist ja auch Nicht mit Leihplanken, weil sie wenigstens etwas Ist irgendwo in der Nähe im Windrad? Nein, also kein Wasser in der Nähe KT Der KT wäre mittlerweile frei, ne Alter, fällt der scheiß C-Dienst da hoch Erwarte Befehle Bin dabei Ist in Arbeit Ja Höre Wird gemacht Was gibt's? Wird erledigt Sind bereit Kein Problem Ist dann jetzt also der KT wäre eins das dagegen oder Wache 1 Oh, ähm, ja Und mit diesem laufenden Einsatz Verabschieden wir uns und sehen uns beim nächsten Mal wieder Obwohl ihr dann das Resultat seht Tschüss Ciao, ciao Tschüss Ich celebrate' das Uhh Das geht's